ARD Text im Auftrag von Funk Ey, ist das nicht Younes? Ja, man, der hat schon wieder Fischstatus beim Joby, ja? Oh, Younes! Oh, Jungs, Alter, was geht ab, Mann? Alles bestens bei dir? Alles geht, Bruder, alles gut, Mann? Was machen, Bro? Ach, nichts, Bruder, ja. Gerade beim Joby, die machen Filme auf mich wieder. Ach, du machst das schon. Auf jeden Fall, Bruder, hast du das neue Lied von Shini gehört? Ja, Mann, der hat doch alles auseinandergenommen, Mann. Der kam mal wieder wie Tupac. Ey, Jungs, redet die gerade über Rap, oder was? Mal reden wir über Rap, die Rapszene rasiert gerade alles. Die Rapper machen Geld ohne Ende. Oh, krass, Jungs, ja, wusste ich gar nicht, ja, heftig, Alter. Egal, ich muss los, Bruder, ich hab'n Termine, ich hab zu tun, ja? Was hast du denn zu tun? Du bist ja beim Joby, Mann. Einer wie du's beim Joby, yalla, tschau. Ah. Ey, yo, dicker, ah. Ey, yo, dicker, yeah. Yeah, dicker, yeah. Ey, yo, dicker, NWA. Nie wieder arbeiten, ich bin Bruce Wayne. Ich bin Ice-D, Mitte jetzt die Lobby. Nie wieder Joby, nie wieder Joby, ah. Hä? Was ist hier, Jungs? Ah, yo, dicker. Was geht dir denn hier ab? Ey, yo, was ist los, dicker? Ist das dein Ernst, Mann? Seid vom Rap, der? Keine Ahnung, Mann. Yo, dicker, bring mich nicht dazu. 20 Leute hier zu holen, euch hier wegzujagen. Bring mich nicht dazu. Bring mich nicht dazu, dicker, bring mich nicht dazu. Was machst du denn da, Mann? Ist das dein Ernst? Machst du Shindy, Mann? Ey, yo, dicker, wer ist Shindy, Mann? Ich kenn den nicht. Er ist nicht wie ich, ah. Er ist nicht wie ich. Und du weißt es, er ist nicht wie ich. Dicker, safe is fake. Safe, ich bin real, ah. Ach komm, wir haben einen Schatten. Wir haben ab, ja? Yo, dicker, ich bin ready. Wie war eigentlich die Aufnahme von gerade eben? War gut? War sehr gut. Mashallah, mach nochmal. Ey, yo, Kindy, bist du bereit? Ey, warte mal, hat er gerade Kindy gesagt? Was für ein Fake 2? Komm, wir gehen, Bruder, ja? Ey, yo, dicker, ich bin Fotoshoot fresh. Und meine Jungs haben einfach kein Cash, dicker. Ey, Bruder, was machst du da, Mann? Sieht man dieses Wasser-Ding und so? Ja, sieht man. Sieht man? Okay, okay, mach weiter. Meiste, meiste, bringt das mehr Likes. Warte, 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 stopp mal. Gib mal her, hol mal den Hund, bitte. Hol mal den Hund. Was? Bruder, was ist das? Pitbull oder hier Bulldog? Was laberst du, Bruder? Das ist ein Chihuahua. Egal, egal, Hauptsache, sieht gut aus. Jalla, jalla, mach, mach, mach. Warte, warte, warte mal, warte mal, warte mal. Das muss glaubwürdig rüberkommen, weißt du? Na ja, hier, hier. Nehm den mal wieder, nehm den mal wieder. Bruder, ich glaube nicht, dass der Likes bringt, ja? Ey, warte mal, warte mal kurz, warte, warte. Hm, okay, okay, super, perfekt, perfekt, danke. Kommst du jetzt mal bitte? Ja, du bist dran, du bist dran. Wie war nochmal dein Name? Egal, egal, komm mal bitte. Bruder, ist das nicht schönes da hinten? Was macht der da? Bruder, keine Ahnung, ja. Ich glaube, der Junge ist eiskalt Instagram-Blogger geworden. Kranker Scheiß, Mann. Was will der Typ noch alles machen? Letztes Jahr Rapper und dieses Jahr Instagram-Blogger? Ey Mädels, was machst du da, Mann? Bin ich dein Kollege oder was? Was machst du hier so? Du ruf mich umarmen, als wären wir zehn Jahre zusammen. Das muss glaubwürdig rüberkommen, weißt du? Du musst mich verlegt angucken, damit mehr Likes kommen. Wie lange soll ich die Scheiße hier noch mitmachen? Boah, chill mal Mädchen, was schellst du dich so an? Ich hab doch bald meine 500.000 geknackt, dann bist du befreit. Wofür bezahle ich dich? Diese scheiß Fake-Instagram-Beziehung geht mal auf den Sack. Boah, chill doch mal, ist doch bald vorbei. Bitte mach jetzt keine Scheiße, ich brauch Likes. Komm jetzt, bitte. Bruder, was feierst du da, Junge? Bist du Fashion-Blogger geworden oder was? Seid ihr bescheuert oder was? Ich war schon immer Fashion-Blogger. Was laberst du da? Du warst doch letztes Jahr noch Rapper oder nicht? Ey Jungs, nerv mich nicht, Mann. Entweder ihr liked meine Bilder oder wir sind keine Freunde mehr. Was los mit euch? Was redest du da, Mann? Was hat Freundschaft mit Likes zu tun? Bei Likes hört die Freundschaft auf. Bruder, voll der komische Typ der Jules. Wie der Anja nichts von ihm gehört? Ich hab gehört, sein Instagram-Account hilft nicht mehr. Was weißt du, was ist dieses Jahr aus ihm geworden? Keine Ahnung, Bruder. Ja, 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 ja. Oh mein Gott, Schatzi, was haben sie mit dir gemacht? Du musst dein Highlight haben. Boah, das kann nicht wahr sein, oder? Pass mal auf, Perle, wir probieren jetzt meine Kreation. So. Ich will, dass du strahlst, ja? Ich will, dass du glänzt, ja? Pass auf, wir probieren es einfach mal und dann schauen wir weiter, ja? Ich zeig dir es mal. So, einmal hier, einmal bitte nach da. Ja, genau so. Et voilà, Schatzi, guck dir doch mal diese Schönheit an. Sie glänzt doch wieder, oder? Da bin ich ganz einer Meinung. Mh. Echt? Ey, warte, Bruder, siehst du das auch, was ich sehe? Nein, oder? Das ist nämlich viel besser. Schatzi, guckst du mal bitte einmal nach. Mhm. Richtig, richtig, richtig. Ach, hallo Jungs, haben wir einen Termin gehabt? Was für Termin, du Schatzi? Was veranstaltest du hier? Hm? Äh, ihr habt ziemlich matte Haut, ihr braucht Highlighter. Bei den anderen Sachen haben wir nichts gesagt, aber jetzt bist du zu weit gegangen. Äh, Moment mal bitte, ja? Äh, Schatzi, äh, was haben wir denn heute für einen Umsatz gemacht? 3.473. Super, danke dir. Na bitte, ist es ein Grundgenot? Ich will für den Typen keine Worte mehr. Was will denn nächstes Jahr werden? Ja, mal tschau'n mit dir. Bruder, warte, warte, warte. Warum stopfst du? Was machen wir eigentlich Junos jetzt, ja? Lass mich in Ruhe mit denen, jedes Mal das Gleiche mit denen, ja? Bruder ist unser Bruder, ruf den mal an und frag mal, was der macht. Meinst du? Ja, Bruder, ich bin gespannt, was er dieses Jahr macht. Eigentlich kein Bock, ja. Ruf den mal an. Kommt wieder in deine Story, ja? Ja, hallo? Ja, Bruder, was machst du? Wo bist du? Ich bin hier drüben, Mann. Bruder, Bruder, ich hör' dich nicht, Mann. Du hast schlechtes Netz. Like, einer wie du hat schlechtes Netz. Die Satelliten sind direkt neben mir, Mann. Was glaubst du für eine Scheiße, Mann? Wo bist du? Wo steckst du, Junge, ja? Bruder, ich bin hier oben, Mann, auf Planet Plankton. Was? Plankton? Dann arbeiten wir irgendwas zum Planet Plankton, Mann. Was schiebt denn in die Verfügung, Mann? Junge, hast'n kompletten Schaden. Du hast alle Vögel abgeschossen. Komm mal wieder hier runter, Mann. Ich hab' hier viel zu tun. Ich treff' mich jetzt mit einem Kollegen. Ach, was für'n Spasti. Ciao, ja? Ach, ciao mit dir, Mann, Alter. Das Leben geht weiter. Man muss sich weiterentwickeln. Was für Menschen, ja? Oh, Bruder, wie gehst du hier, Mann? Ich hab' die ganze Zeit auf dich gewartet. Wo bleibst du, Alter? Habibi, schließ dich hier, Bruder. Habibi, ich küsse dein Herz. Du bist mal kleiner. Sag mal, Bruder. Kennst du ne gute Shisha-Ball hier irgendwo? Da vorne? Ich war eigentlich auf den Bergen. Da war nix, Bruder. Ist okay, guck nicht immer so. Du weißt, mehr Auge als ich, Alter. Auf jeden Fall, Bruder, hast du das neue Lied von Chili gehört? Wir haben jetzt alles auseinandergenommen. Der kam rein wie Putin. Putin? Wie Putin noch? Der kam rein wie Putin, ja. Okay, du machst das schon. Auf jeden Fall hast du das neue Lied von Tupac gehört? Et voilà. Wo kam der denn raus? Oh, shit, Alter. Da hab ich wieder einen rausgenommen. Bei den anderen Sachen haben wir nix gesagt. Dann sagen wir auch nix. good. good. Das ist ein Remedy, 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 yeah Das ist ein Remedy, Remedy, yeah